Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute ist es genau drei Wochen her, nach meinem Mittelhandbruch. Und ich brauche heute mal nicht nach einer Woche wieder zum Krankenhaus, sondern brauche erst nächste Woche Mittwoch wieder hin. Wenn es vier Wochen her ist, mal schauen, wie es dann aussieht. Heute bin ich wieder unterwegs hier bei uns in der Verlängerung des Nittumer Walds. Claudia, wir hatten heute Morgen beinahe vergessen, mich aus dem Auto zu schmeißen. Die überlassen mich, weil jeden Morgen nimmt die Claudia mich mit Richtung zu ihrer Arbeitsstelle und lässt mich irgendwo unterwegs raus. Und heute Morgen guckte sie mich an, warum sagst du nichts? Wäre ich bei mir schon bei ihr an der Arbeit gewesen. Deshalb sind wir heute mal im Nittumer Wald unterwegs, auch recht schön hier. Nach dem Regen gestern Abend alles ganz frisch, es duftet und es riecht nach frischem Grün. Und ja, es ist richtig inspirierend. Und das werde ich auf jeden Fall vermissen, wenn ich in ein paar Wochen wieder arbeiten muss und jeden Morgen in meinem Sprinter sitze. Aber morgen ist Morgen, heute ist heute. Nach dem Motto werde ich es heute noch genießen. Heute Nachmittag hat Claudia frei. Die wird dann hoffentlich irgendwann so gegen zwei Uhr zu Hause sein. Und vielleicht können wir dann zusammen noch was Schönes unternehmen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen superschönen Tag. Genießt es, bewegt euch, bewegt etwas. Und immer dran denken, ne? Wer weiß, was morgen ist. Tschüss!